Jeder ist sich immer am Beschweren. Über irgendwen, über irgendwas. Jeder hat Probleme, für die sich aber niemand interessiert. Da ist es egal, ob du Gas-Wasser-Installateur bist, Bankier, Busfahrer oder Bürgermeister. Doch sobald das goldene Nass die Kehle runterfließt, hört jeder jedem gerne zu. Hat Lösungen, bietet Paroli. Man fühlt sich geborgen, man ist sich einander Freund. Seid ihr bereit für DART?